Bewegung ist Leben. Ob im Rolli mit Prothese oder normal zu Fuß, und wenn man es gemeinsam macht, ist es doppelt schön. Inklusion ist Begegnung auf Augenhöhe. Man sieht, was die anderen machen, was man selber kann. Man schaut über die Schulter der anderen und es schafft Normalität, hier zusammen bei einer solchen Veranstaltung zu sein. Durch Inklusion werden Hindernisse in Köpfen und Herzen abgebaut. Für mich war Sport die beste Möglichkeit zur Rehabilitation nach meinem Unfall. Jetzt kann ich sagen, ich bin nicht behindert, ich schaue nur so aus. Das Sportabzeichen inklusiv zu gestalten ist deshalb wichtig, weil wir nun mal vielfältig sind. Also geht jetzt zusammen und bunt.